Anders als im Dezember des letzten Jahres erklären nun mehrere US-Bundesbehörden, dass es keine Beweise für eine ausländische Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl 2020 gegeben hat. In einem gemeinsamen Statement erklärten neulich das US-Justizministerium und das Ministerium für Heimatschutz, dass keine ausländische Regierung die US-Präsidentschaftswahl manipuliert habe. Das Büro des Direktors der nationalen Nachrichtendienste veröffentlichte ähnliche Schlussfolgerungen. Diese Erklärungen stehen im Gegensatz zu einem früheren Bericht des ehemaligen Direktors der nationalen Geheimdienste John Radcliffe. Er war der Meinung, dass China, Iran und Russland in die 2020er-Wahlen eingegriffen hätten. Das Justizministerium einschließlich des FBI, des Ministeriums für Heimatschutz und seine Cybersicherheitsbehörde gaben bekannt, dass sie keine Beweise dafür hätten, dass ein mit einer ausländischen Regierung verbündeter Akteur die Stimmabgabe verhindert, die Stimmen verändert oder die Stimmzählung gestört habe. Ebenfalls konnte nicht festgestellt werden, dass irgendein technischer Aspekt des Wahlvorgangs verändert wurde oder auf andere Weise die Integrität der Wählerregistrierungsinformationen kompromittiert worden. Laut dem Justizministerium und dem Ministerium für Heimatschutz wurden mehrere Vorfälle identifiziert, die im Auftrag der Kommunistischen Partei Chinas, KPC, Russlands und mit dem Iran verbundene Akteure stattfanden. Zitat Im Dezember 2020 meinte jedoch John Ratcliffe, ehemaliger Chef der 17 amerikanischen Geheimdienste, dass es eine Einmischung aus China gegeben habe. Er sagte, dass alternative Standpunkte über Chinas Einfluss auf die US-Wahl in der hochpolitisierten Stimmung nicht toleriert oder willkommen geheißen wurden. Ratcliffe behauptete damals, dass Erkenntnisse über Chinas Wahleinmischung von der Leitung der CIA unterdrückt wurden. Diese habe die Analysten unter Druck gesetzt, ihre Zustimmung zu dieser Ansicht zurückzuziehen. Analysten 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 Vielen Dank.